Was geht YouTube? LotStory wieder zuerst erwählt von Drakensang Online oder eher gesagt jetzt Schattendolch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mal eine Ansage mit Schattendolch machen soll, aber mein YouTube-Name ist ja LotStory, deswegen LotStory wird bestehen bleiben. So, dann habe ich jetzt erstmal genug genervt. Richtig, genau, genug genervt. So und ich habe jetzt hier eine schöne Einladung bekommen, eine schöne, also keine hässliche, es ist eine schöne, ganz wichtig. Für ja Q1-Farm und XP-Block und ja, und ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall, Schädelkriegerin oder der Schädelkrieger, keine Ahnung, was weiß ich, ob du Junge oder Mädchen bist, weiß man ja nie, ne? Vielleicht sollte ich nicht angreifen, oder? Vielleicht macht sie das. Oh cool, ich habe Mäschte gesehen, wer ist denn noch? Ja, so kommen die auf jeden Fall weg. Das war natürlich alles geplant. Ich habe auf jeden Fall auch schon, also ich habe extra bis Level 10 gelevelt, damit ich ja hier direkt anfangen kann, in Zwischenwelten, weil hier kriegt man ja die guten Items, will ich mal sagen. So, ein unrein, wo tun wir den rein? Noch nirgendswo. Ich habe ein neues Schild, 40% Blockwert und das ist natürlich richtig nice, ne? Klüfen muss ich aufheben, neue Schultern schon gefunden. Äh, neuer Ring, der kommt auch einfach hier rein. Die Steine hebe ich jetzt mal auf. So, auf jeden Fall, vielen Dank für deine Hilfe. DK war richtige Entscheidung. Also ich, ich war irgendwie so, hm, war mir noch nicht so sicher. Vielleicht Fernkämpfer wieder oder DK, aber ich weiß noch von früher. Ich habe früher auch XP-Block mit meinem Lioncast LX16 gemacht, also der jetzt auch 50 ist, ja. Der habe ich auch hochgelevelt und das war richtig, das war richtig geil als DK, weil ich hatte aber Schild benutzt, also keine Zweihand oder so. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war ich, ich war nicht lange Low Level. Ich habe auch nicht viel durchgepusht oder sowas. Oh, Fragmente, man bin ich cool. Aber verdammt, ich habe, ich glaube, ich kriege die nicht dauernd. Ah, Hilfe! Alles klar. So, ähm, wo war ich im Text? Also, es hat richtig Spaß gemacht und, ähm, so kriege ich vielleicht auch immer Text vergessen. Scheißegal. Ich denke halt nebenbei an andere Sachen. Gleichzeitig habe ich mein Schwert aufgewertet auf 10. Ja, habe ich auch schon im letzten Video. Ach, keine Ahnung, was ich hier labern soll. Guckt einfach zu und, und keine Ahnung. Alles klar. Beste. Nein, Mann! Egal. Brauche ich nicht. Ist mir egal, ja? Nein, kümmere dich nicht um mich. Auf keinen Fall auf mich kümmern, ja? Ich komme mir allein, klar. Das ist ganz wichtig. Wenn ich farme mit euch oder sowas, dann auf jeden Fall, ähm, ist das egal, ob, ob ich mir hilft oder nicht. Ich mache das schon selber. Ihr könnt mir zwar wiederbeleben oder sowas, aber müsst ihr nicht. Das ist ganz wichtig. Meine Metall ist schon voll. Alles klar. Oh, 4% Attack Speed. Jawohl, 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 jawohl. Neuer Ring. Oh, hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Oh ja, geil. Alles klar. Richtig verreiser Junge. Junge. Es macht eigentlich Spaß. Ich weiß nicht wieso, aber wenn man von nichts anfängt, ist das irgendwie, macht das mir Bock. Ähm, ne, ich behalte die. Na, ich glaube, die sind schlauer. Oh, ist das gut? Ich weiß es nicht. Ihr müsstet mir mal sagen, ob das gut ist. Ich habe keinen Plan, was im Low Level gut ist. Kann man im Low Level schon Sachen, gute Sachen bekommen? Verdammt. Also, was heißt gute Sachen? Ich meine jetzt Goldverzauberung. Geht das schon im Low Level? So, lila Items werde ich wahrscheinlich nicht so schnell, ähm, loswerden. So, Tragehilfe. Das ist auf... Ach, klar. Gut, ich habe drei Level, die ich noch nicht geskillt habe. Mache ich mal alle auf Schaden. Ja, Entschuldigung. So, erste Quest geschafft. Die andere brauche ich nicht. Ähm, ich komme gar nicht hinterher. Selbst wenn ich mitfahren wollte. Welt, vor allem. Welte. Das ist ganz wichtig. Wenn ich mitfahren willte. Man, ich würde gerne den Hammer mal anziehen. Das Ding an. Ich komme nämlich gar nicht hinterher. Ich bin viel zu viel mit Items beschäftigt. Auf jeden Fall wirklich viel, vielen Dank, dass du mich mitnimmst. Sehr nett. Also, ihr könnt mir gerne mitkommen, mithelfen. Also, das sehe ich so gerne. Und vor allem, es macht mir auch Spaß und es bockt auch wirklich. Aber das Problem ist, ich will halt auch nicht zu lange aufnehmen, ne. Das ist auch klar. Aber, äh, das darf ich nicht wegschmeißen. Das will ich auch nicht wegschmeißen. Obwohl, das bräuchte ich... Ach komm, was ist da drin, Alter? Da ist eh nur Schrott drin. Da sind eh nur so Essenzen drin und sowas. Ähm, ja. Schmeißen wir das Scheißding weg. Was hat dieser Ring hier? Der ist auf jeden Fall mal besser. Auf dem Ring gehört halt, ja, riesig als irgendwas anderes drauf. Oh, nicht schlecht. 27% erhöht dafür ein Dings. Ne, zwei, ne, kröne Zweihand. So. Aber noch gar... Weiter kann ich jetzt noch nicht. Ich bin ja noch bei der ersten Quest. Nur, dass der das weiß. Der hört mich ja jetzt nicht. Oder die... Was weiß ich. Das ist halt dumm. Warum... Wenn das ein... Der ist, warum nennst du dich Schädelkriegerin? Und spielst weiblich? Und dann, äh, ist es ein Junge. Und anderes herum, wenn ich dich Junge nenne, dann tut's mir leid. Aber sonst... Ja, keine Ahnung. Warte, wir fragen einfach mal. Dann werden die Probleme, äh, schon aus der Welt geschaffen. Dann hat man so Probleme nicht, wenn man das einfach, äh, von vorne rein... Ja, guck, ein Junge. So, gut. Aber warum gibst du dir denn einen weichlichen Namen? Und spielst du einen weichlichen Figur? Och Gott, Alter. Ha, gay. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Jeder kann ja spielen, wie er will, ne? So, warte mal. Ist der besser? Eigentlich ja nicht. Ja, doch. Zwei Schaden ist schon geil. So, was haben die Handschuhe? Ne, 4% Speed ist auf jeden Fall... Ähm... Noch eine Runde. Ja, eine geht noch. Okay, eine geht noch. So, raus hier. Ich muss sowieso verkaufen. Eine machen wir noch, Leute. Und dann... Ja, ihr seht ja nicht wirklich, wie ich jetzt hier was farm oder sowas. Ähm... Ihr seht ja nur, ähm... Ähm... Wie ich hier Items sammle. Und besser werde. Auf jeden Fall hat mir, ähm... Warte, wer war... Tvars hat mir gesagt, ähm... Ja, das ist ja auf jeden Fall das beste Level mit 15 ist. Und ja, das werde ich dann mal... Ja... Werde ich mal so bleiben lassen. Also Level 15 ist dann Endlevel für mich. Erstmal. Außer ihr sagt, ja, nee, mach Level 30. Das ist noch besser. Dann mach ich das natürlich anders da. Also mal gucken. Ich guck's mir mal an. So krass werde ich ja jetzt noch nicht leveln. So, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Oh, das kann ich schon ausrüsten. Ist das besser? Ja, das hat Blockstärke. Verkaufen. Den Hammer hebe ich einfach mal auf, weil ich es kann. So, das Schild. Das tun wir mal. Nein, ich gehe... Doch, gehe ich dann einschmelzen. Nicht Kliffen entfernen. Das kann man ruhig einschmelzen. Das brauche ich nicht mehr. So, dann hätten wir das erstmal. Warum kriege ich aber keine Waffe? Das finde ich doof. Wir haben 57% Blockstärke. Nicht schlecht. So, und let's go. Jetzt geht's hier weiter. Kommst du? Schädelkrieger. Ich nenne mich jetzt Schädelkrieger. Weil du bist ein Junge. Das geht so nicht. So, äh... Eigentlich müsste ich das ja auch alleine machen können. Und kriege trotzdem keine XP. Ja, aber ich kann das ja nicht, Alter. Verdammt der Scheiße, warum ist der Typ level 25? Hilfe, hilf mir bitte, bitte. Ich bin abzuzweifeln. So, okay, danke schön. 500 Lebenspunkte. Ist das gut oder ist das schlecht? Also, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Sphärenwanderer mit Level 19. Alles klar, Digga. So. Ne, 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 ne. Es tut mir leid, wenn die Folgen, die jetzt kommen und sowas, ein bisschen länger dauern. Müsst ihr euch halt... Fuck. Fuck, 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 bitte. Fuck, ich hab keine Befreiung. Oh, fuck. Oh, 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 nein. Okay, ich hab's überlebt. Also, tut mir leid, wenn die Folgen ein bisschen zu lang dauern. Müsst ihr euch halt ein bisschen länger die Folgen geben. Hö, hö. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich denke nicht, aber... Ich bin halt nicht so ein Mensch, der immer so, keine Ahnung, 20 Minuten Folgen oder sowas guckt. Bin ich nicht so der Fan von. Aber wenn die Folge 15 Minuten geht, dann geht das ja noch. Dann ist ja alles noch im Lot, würde ich mal sagen. Ist nicht so schlimm. Ähm, außer ihr sagt, ja, wir sind alle einverstanden, wenn ihr an die Folgen 20 Minuten gehen. Aber ich glaube nicht, dass ihr 20 Minuten schauen wollt, oder? Also müsst ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ihr müsst mir so vieles in die Kommentare schreiben. Ihr seid schon völlig überfordert. Guck mal, wie easy das geht. Bestimmt, bestimmt hat er Rote drin. Dann denkt ihr so, ich bin Boss, guckt euch an. Der denkt sich so, ich bin im Video, jetzt muss ich so tun, als wäre ich übertrieben geil. Und hat so Rote drin. Ich bin so geil, Alter. Guckt mich an, ich hab eigentlich Rote drin. Ich will aber so tun, als wäre ich cool. Alles klar. So, das grüne Schritt kann natürlich besser sein. Glaube ich zwar nicht, aber... Oh, ein 40 Block ist besser. Also laut Statistik mit dem Pfeil hoch ist es besser. Aber warum trifft denn der Bastard mich, Alter? Nein, danke. Ich hab noch Sehenwächter, aber danke. Wie gesagt, du hast ja jetzt das Video noch nicht gesehen, aber ihr müsst mich nicht wiederbeleben. Ich sorge dafür schon selber. Wenn nicht, lade ich andermann auf. Also ist zwar nett gemeint und sowas, aber passt schon. Hebt euch lieber die Steine auf für andere Leute oder sowas, die vielleicht nicht so andermann haben und Geld haben und sowas. Und die eher so Steine brauchen oder für Bosse oder sowas. Das ist wichtiger, als mich Noob hier wiederzubeleben. Okay, ähm... Ja, kann ich eigentlich... Warte, ich hab hier geholfen. 9500 Lila aufwerten. Geht das? Ah, nur einmal. Das ist ja Lame. Das ist ja Lame. Ich wollte jetzt die Mischung aus Lame und Lame sagen. Das ja Lame. Lame. So, ein Lila-Helm. Das freut mich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den rüste ich aus. Scheiß auf die paar Schaden. Ich zerstör mal das Weiße so. Ich wollte den Hammer ausrüsten. Guck mich an, ich bin ein Mann. Guck mich an, ich bin ein Mann. 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 Alles klar. Okay, weiter geht's. 61 bis 66 Schaden. Dann müsst ihr jetzt 66 bis 66 Schaden stehen. Das wäre cool, wenn da keine große Spanne wäre. Also überhaupt keine am besten. Dann wäre das die Zahl des Teufels. Man kann... Leute, man kann doch die Sachen einfach craften. Ich nehme jetzt 1, 2, 3, 4. Diese vier blauen Items. Und hoffe dann, dass ich irgend so ein Random Lila bekomme. Und damit bin ich ja schon viel besser, oder nicht? Also, weil ein Lila-Item verbessert mich ja direkt. Uh, ich habe ein Schild gefunden, Lila-Niss. Schrott. Schrott brauche ich nicht. Cool, ich finde jetzt schon Items, die einfach, wie ich sagen kann, die sind scheiße. Cool. So, zack. Komm hier, so. Und dann... Ich bin so stark, ey. Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich stoppen. Du hast keine Chance gegen mich, du... Du Noob. Schaut euch das an. Der ist easy going. Der macht mir keinen Schaden. Der ist easy... Seht ihr? Seht ihr? Kein Problem. Jetzt wollte ich dich lachen, Moth. Du kannst gar nichts. Du warst One-Hit. Hast du das gesehen? Du Null. Du Loser. Du Loser, Loser, Loser. So, haben wir das noch eingesammelt? Ist das besser? Das hat zwei Schaden mehr. Scheiß auf Lebenspunkte. Schaden das Beste. So, die Grünschuhe mal wegschmeißen. So. Oh, 4% Speed, die nehmen wir. Okay, ich frage mal, ob der Tschüss sagen will. Der, die das? Wollst du Tschüss sagen? Nein, der spielt lieber mit der Münze. Ah, alles klar. Okay. So, dann war es das nämlich jetzt für die Folge. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und er bedankt sich auch, denke ich mal. Also, tschüss Leute und tschüss Leute. Ciao, ciao.